bavarian race tennis cup beim csv flügelrad nürnberg samstag 15 september 2018 runde fünf christoph lechner einer der top fabriken hier im csv stein spielt gegen den blickfuß aus der vierten kreisliga e klassenspieler reinhard steinbäcke 1248 erbpunkte also es geht um spaß und nicht viel mehr so 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 Da geht aber noch nicht gut. Alter, das war gut. Puh, sorry. Vielen Dank. 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 Ja. Ja. Scheiße. Ja. 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 . Was ist das? Ja, ist das gut? Ja, ist das gut? Ja, ist das gut? Ja, ist das gut? Nein! Nein! Das geht um! Wettere! Okay. Wacken, wackeln! Wacken! 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 2, 2, 1 2, 2 3, 2 3, 2 3, 2 3, 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 6 5 6 7 7 11 12 12 13 13 14 15 15 16 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.